Baum fällt! Okay, Spaß beiseite, ich bin DonF204 und René hatte eine interessante Frage gestellt, die ich jetzt mal als Video beantworte. Er wollte wissen, hat jemand eine Ahnung, ob es möglich ist, mit dem MV eine fallende Baumanimation einzubauen? Also nicht, Baum steht da, anklicken, Bild schwarz, Selbstschalter, Baum stumpf, sondern so richtig, wie ein Baum fällt. Und ich so, ja, natürlich ist das möglich, warum sollte das nicht möglich sein? Und habe ihm angeboten, sich privat bei mir zu melden oder ein Video dazu zu machen. Er hat das Video dann mehr oder weniger dankend angenommen und dann machen wir jetzt das Video, das Ganze war vor ca. 4 Stunden, also das Ende des Gesprächs. Und naja, ich habe es auch nicht gleich mitbekommen und habe dann aber eine Baumanimation zusammengefriemelt, hier ist sie. Ist jetzt nicht der Burner, bedenkt bitte, ich hatte nicht so viel Zeit. Wenn ihr euch da richtig hinsetzt, dann könnt ihr was Vernünftiges zaubern und vielleicht auch nochmal ein bisschen mit Sounds unterlegen. Sound ist immer wichtig, finde ich. Und dann könnt ihr das Ganze dann vernünftig umsetzen. Ich zeige euch erstmal nur grob, wie. Der Link zu dieser Grafik ist in der Videobeschreibung, hoffe ich. Wenn ich den Link vergessen habe, meldet euch bei mir, aber bitte nicht alle gleichzeitig. Einer reicht. Gut, dann gehen wir jetzt in den RPG Mega MW. Ich zeige euch kurz, was ich gemacht habe. Wir starten mal kurz das Projekt. Zuschauerfragen heißt es. Ihr könnt mir gerne mehrere Zuschauerfragen stellen, wenn ihr das möchtet. Und ich suche mir dann vielleicht unter Umständen, wenn ich Lust dazu habe, 1, 2 Stück aus. So, neues Spiel. Da haben wir den Baum. Sieht 1 zu 1 aus, wie auf dem Kachelset. Ist ja klar, ist einfach nur kopiert. Und wenn ich ihn anspreche, kommt eine kurze Animation und fertig. Mehr kommt dann nicht. Es ist jetzt nicht so berauschend und nicht so kompliziert. Aber das Coole an der Sache ist auch, er erkennt natürlich auch, wo der Spieler steht. Und der Baum fällt nicht auf den Spieler drauf. Der ist jetzt nach rechts gefallen. Wenn ich hier rechts stehe, fällt er nach links. Und wenn ich links stehe, fällt er nach rechts. Also er fällt eigentlich immer nach rechts, es sei denn, ich stehe rechts. So, zack. Gut. Und wie wir das Ganze umsetzen, ist eigentlich total einfach. Als erstes, wie gesagt, ladet euch die Grafik runter. Die ist in der Videobeschreibung, der Downloadlink. Anschließend geht ihr hier oben auf Spiel, Ordner öffnen, Images, also IMG, Charakters. Und dann kopiert ihr euch die rein. Die ganze Datei müsste dann hier oben sein, möglicherweise, höchstwahrscheinlich. So sieht das Ganze dann aus. Könnt ihr wieder schließen den Ordner, wenn ihr es rein kopiert habt. Gegebenenfalls mal den RPG Maker neu starten. Ihr könnt das Ganze auch über diesen Ressourcenmanager importieren. Hier dann importieren und alles, aber ich mache das eigentlich nie. Also, und bis jetzt ist noch nie was passiert. Also, ich mache das eigentlich nie so. Ich mache immer über Spielordner öffnen und dann kopiere ich alles rein. Ist meine Angewohnheit. So, dann gucken wir mal in das Event. Als erstes Bild wählen wir aus dem Baum in der Mitte. Den ganz normal stehenden Baum. Das ist ja klar. So, wir können uns das Event auch mal von Grund auf neu erstellen. Dann könnt ihr das vielleicht besser nachvollziehen. So, als erstes Event-Name können wir Baum reinschreiben. Aber das spielt jetzt eigentlich keine Rolle. Wisst ihr ja. Als erstes machen wir das Bild rein. Da haben wir dann hier Baum. Den in der Mitte, wie gesagt. Fixierte Richtung. Priorität wie Charakter. Auslöser. Aktionstaste. Soweit alles richtig. Gut. Anschließend brauchen wir eine Animation. Das wäre dann, ich zeige es nochmal. Dieser Schnitteffekt, den ich da gemacht habe. So, zack. Der hier. Dieses kurze, gleißende Licht. Das ist eigentlich relativ einfach zu machen. Und ist auch nicht Teil dieses Tutorials. Deswegen werde ich das jetzt groß nicht erklären. Ich werde es mal kurz überfliegen. Ihr geht in die Database. Unter Animation. Da habe ich hier eine neue Zeile gemacht. Einfach Maximum ändern. Und dann könnt ihr hier das Maximum erhöhen. Und habt eine neue Zeile. Habe jetzt das ganze Baum genannt. Habe Bilder. Slash. Special One genommen. SE. Blitz Zeitpunkt. Habe ich Blow 2. Den Sound Effect genommen. Blitz gar nichts. Aber könnt ihr auch einen Blitzeffekt rein machen. Dann habe ich hier 4 Frames. Position Mitte. Habe im ersten Frame gar nichts. Im zweiten Frame ist diese Kachel drauf. Im dritten Frame diese Kachel drauf. Und im vierten Frame diese Kachel drauf. Und dann war es das Ganze. Ein bisschen unterhalb der Mitte. Also ich kann da mal kurz Ziel ändern. Und dann mal kurz. Dann können wir das vielleicht besser sehen. So. Hier ein bisschen unterhalb von der Mitte. So ein kleines Stück. Dann könnt ihr das vielleicht gut erkennen. So ein ganz kleines Stück unterhalb der Mitte. Und das ist dann genau die richtige Stelle. So Pi mal Daumen. Gut. Übernehmen. Okay. Das fügen wir jetzt ein. Ups. Das war der richtige Baum. Den schieben wir mal kurz wieder zur Seite. Und nehmen den falschen. Also den neuen Baum. Inhalte. Animationen abspielen. Wo war das? Wenn ich das mal auswendig wüsste alles. Uiuiui. Beim RPG Maker XP konnte ich das mal auswendig. Aber beim MV ist das ein bisschen umsortiert. Und ich könnte es auch wahrscheinlich beim XP nicht mehr komplett auswendig. Also so ist es also nicht. Also verzeiht mir, dass ich jetzt mal ganz kurz suchen muss. Animationen anzeigen. Dann. Also das ist auf der zweiten Seite. Bei Charakter. Und dann hier Animationen anzeigen. Sucht ihr dieses Event aus. Dieses Event. Animationen. Sucht euch entweder eine schon vorhandene Animation aus. Ich fand jetzt zum Beispiel Treffer physisch. Fand ich ganz gut. Oder was ich auch gut fand. War. Ähm. Schnitt physisch. Fand ich jetzt auch nicht schlecht. Aber ich habe mir selbst eins gemacht. Baum. Warten. Auf Schluss. Das Häkchen setzen. Auf okay. Gut. Anschließend brauchen wir eine Bedingung. Zack. Bumm. Bedingte Verzweigung. Äh 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 äh. Seite. Drei. Charakterspieler. Guckt nach links. Wenn er nach links guckt und den Baum anspricht. Steht er rechts vom Baum. Soweit ist klar. Als Bedingung rein. Übernehmen. Gut. Wenn er nach links guckt. Werden wir den Selbstschalter. Tütütüt. Selbstschalter. Mh. 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 B aktivieren. Egal in welche andere Richtung guckt. Also wenn es eben nicht so ist. Werden wir A aktivieren. So. Dann brauchen wir eine neue Ereignisseite. Wir können auch mal kurz eine Kopie erstellen. Dann brauche ich die Grafik nicht nochmal neu raussuchen. Zack. Mache. Selbstschalter A ist an. Suche hier die Grafik aus. Dann nehmen wir. Welche haben wir denn da? Jetzt. Oh Mist. Jetzt habe ich es vergessen. Ha. Das musste man sich natürlich merken. A ist. Wenn er nicht rechts steht. Also wenn er nach rechts fällt. Auf gut Deutsch. Nach rechts fällt. Das ist dann das hier. Fixierte Richtung können wir wieder ausmachen. Und können nun die Animation machen. Dies ist eigentlich ganz easy zu machen. Da nehmen wir einfach Bewegungsroute festlegen. Wieder dieses Event. Einmal nach. Erstmal kurz warten. 6 Frames fand ich jetzt eigentlich immer am besten. Oder waren es 5? Ich kann da nochmal gucken. Bevor ich hier was falsches sage. Aber. Ne 5 Frames. Okay. Dann fand ich 5 am besten. Ist ja egal. Wegen dem 1 Frame. Das merkt eigentlich kein Mensch. Aber wir machen es trotzdem mal auf 5. Okay. Wir warten erstmal 5 Frames. Hier unten warten. Dann drehen wir uns nach links. Dann warten wir nochmal 5 Frames. Dann drehen wir uns nach rechts. Dann warten wir nochmal 5 Frames. Und dann drehen wir uns nach oben. Aber die letzten erhöhen wir mal auf 15. So. Also 5 Frames warten. Nach links drehen. 5 Frames warten. Nach rechts drehen. 15 Frames warten. Und dann nach oben drehen. Zur Erläuterung nochmal. Wir haben jetzt die Grafik ausgewählt. Wenn er sich nach links dreht. Nach 5 Frames. Wird nach 5 Frames die Grafik ausgewählt. Wenn er sich nach rechts dreht. Wird nach 5 Frames die Grafik ausgewählt. Dann liegt der Baum erstmal neben dem Baumstumpf 15 Frames lang. Das sieht einfach cooler aus. Wenn er ein bisschen daneben liegt im Moment. Und dann verschwindet auch der Baumstamm. Und es ist nur noch der Stumpf da. Gut. Und anschließend werden wir das Ganze dann mit einem Selbstschalter wieder komplett deaktivieren. Selbstschalter steuern. C ist an. Und dazu kommen wir dann später. Wir stellen das Ganze dann auf Auslöser Autorun. Damit das automatisch ausgeführt wird. Die Animation. Kopieren die ganze Sache. Fügen es nochmal ein. Machen hier dann auf B. Stellen die Grafik auf die nach links fallende Animation um. Und das war es dann auch schon. Fügen nochmal die eigene Seite ein. Machen hier den Baumstumpf rein. Ist egal welcher. Die sind exakt gleich. Soweit ich weiß. Kann auch sein, dass ich einen kleinen Fehler gemacht habe. Aber das sollte eigentlich nicht sein. Stellen auf Auslöser Aktionstaste. Und dann kann man hier ein Textfeld reinsetzen. Zum Beispiel. Baumstumpf. Fertig. Kann man jetzt was Sinnvolles reinschreiben. Oder es ist ein Baumstumpf. Oder der Baum wurde bereits gefällt. Oder Fischstäbchen schmecken lecker. Es spielt keine Rolle. Was ihr da reinschreibt. Wichtig. Selbstschalter auf C ändern. Ganz wichtig. Und das dürfte es eigentlich schon gewesen sein. Gucken wir mal, ob alles funktioniert. Ich hoffe mal. Neues Spiel. Zack. Bumm. Und es funktioniert scheinbar. Wunderbar. Gucken nochmal nach rechts. Ob er jetzt auf mich drauf fällt. Hüpp. So. Nein. Okay. Funktioniert alles. Man kann ihn jetzt auch unendlich kopieren. Also das ist jetzt nicht das Problem. Zack. 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 Auch auf verschiedenen Maps, denke ich mal, dürfte eigentlich kein Problem sein. Müsste eigentlich jetzt immer funktionieren. Zack. 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 Und funktioniert eigentlich immer. So. Wunderbar. Sieht ein bisschen komisch aus, wenn er in einen anderen Baum reinfällt. Das kann ich nochmal kurz demonstrieren. Vielleicht kriege ich das jetzt mal kurz demonstriert. So. Sieht ein bisschen komisch aus. Aber. Ja. Hm. Es ist okay, denke ich mal. Es ist okay. So. Dann könnte man noch. Ich lösche mal alle wieder raus. So. Dann könnte man noch machen. Bevor C aktiviert wird. Könnte man jetzt noch hier reinmachen. Text anzeigen. Holz erhalten. Oder ein Holz erhalten. Ein Holz erhalten. Punkt. Und dann könnte man noch machen. Gegenstand. Gegenstände ändern. Und könnte man jetzt hier noch ein Gegenstand Holz machen. Und dann jedes Mal, wenn man in einen Baum fällt. Dann bekommt man einen Gegenstand namens Holz. Und was man damit macht. Das werdet ihr ja selber, denke ich mal hinkriegen. Und es ist wie gesagt nicht. Wie ich bei den Animationen schon gesagt habe. Nicht Bestandteil. Ups. Jetzt habe ich aus Versehen. Das brechen wir mal kurz ab. Ja. Bitte abbrechen. Das wäre sehr, sehr lieb. So. Wir müssen natürlich den neuen Holz nennen. Und nicht den Trankholz nennen. Man kann auch den Trankholz nennen. Alles kein Problem. Haben wir dafür ein Symbolbild? Mal gucken. Das weiß ich jetzt selber gar nicht. Ob wir dafür ein cooles Bild hätten. Für Holz. Uff da. Uff da. Uff da. Uff da. Da. Ha. Perfekt. Also besser geht es doch gar nicht. So. Verbrauchbar. Nein. Anlass. Niemals. Und Bereich. Keiner. Und jetzt mache ich es ja doch. Preis. Keine Ahnung. 100. Und. Ähm. Ja. Wie ihr Items benutzt. Ich denke mal. Das dürfte eigentlich kein Problem sein. Und dann machen wir hier mal ein Item noch rein. Ähm. Gegenstand ändern. Holz. Ähm. Erhöhen. Konstante 1. Ähm. Zack. Dann machen wir das hier auch noch rein. Und dafür den Text jetzt mal. da rüber. So. Und dann können wir es nochmal kopieren. Zack. 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 Und dann können wir es nochmal ausprobieren. Und gucken wir mal, ob das Ganze funktioniert. Zack. Ein Holz erhalten. Gucken wir mal. Gegenstand. Ein Holz. Perfekt. Ist da. Zack. Ein Holz erhalten. Ein Holz erhalten. Ein Holz erhalten. Ein Holz erhalten. Und. Wir haben 5 Holz. Perfekt. Es funktioniert. Wie ihr seht. Ganz easy peasy. War eigentlich kein Problem, das umzusetzen. Ähm. Und ich denke mal, das ist das, was ihr wolltet. Man könnte dann vielleicht noch, ähm. Da habe ich noch ein anderes Tutorial. Ähm. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Spielt jetzt auch keine Rolle. Irgendwo in meinem Kanal. Irgendwas mit Zeit gesteuert. Ähm. Verlinke ich in der Videobeschreibung. Denke ich mal. Ja genau, das verlinke ich in der Videobeschreibung. Irgendwas mit Zeit steuern. Und so. Dann könnt ihr das theoretisch auch machen, dass die Bäume wieder nachwachsen. Wenn ihr die beiden Tutorials kombiniert. Ich denke mal, das wäre dann noch cooler. Dann könntet ihr noch machen, dass die Bäume sich regenerieren. Nach einer bestimmten Zeit. Und. Ja. Ich denke mal. Viele wird das glücklich machen. Vielleicht auch nicht. Aber auf jeden Fall, René. Ich hoffe, es ist genau das, was du wolltest, René. Und. Ich hoffe, deine Frage ist im Grunde mehr oder weniger beantwortet. Wie gesagt, die Animation kannst du dir runterladen. Wenn es im Grunde die ist, die du brauchst. Wenn nicht, musst du dir selber eine zusammenfriemeln. Oder mal jemand anderen fragen, der das gut kann. Ähm. Besser können als ich ist nicht schwierig. Du siehst, das ist jetzt auch nicht so atemberaubend. Sieht am Ende aber im Spiel cool aus. Was ihr auch noch machen könntet. Ähm. Man kann immer noch alles verbessern. Ähm. Noch ein paar Sounds abspielen. Das könntet ihr auch noch machen. Dass ihr hier noch für die Animation. Ähm. Für die Fallanimation. Oder zumindest, wenn er aufkommt. Unten auf der Erde. Dass ihr dann irgendwie so ein Geräusch macht. Noch oder so. Ich weiß nicht, ob es da schöne Sound Effects jetzt hier im Maker gibt. Den müsste man mal gucken. Ähm. Sound Effect abspielen. Da müsste man hier alle durchgucken. Vielleicht gibt es da irgendwas Tolles. Sicherlich gibt es da irgendwas. Aber ich habe das jetzt wie gesagt nicht gemacht. Spielt keine Rolle. Ich denke mal, im Großen und Ganzen kriegt ihr das hin. Den Sound Effect müsstet ihr dann. Ich weiß nicht, ob man den in die Bewegungsroute reinsetzen kann. Ja, genau. Kann man sogar hier reinsetzen. Also, keine Ahnung. Macht ihr zum Beispiel direkt hier nach rechts drehen. Und direkt da drunter Sound Effect abspielen. Und dann, wie er auf dem Boden aufkommt. Wie gesagt, müsst ihr einfach mal einen coolen raussuchen. Da gibt es bestimmt was richtig Tolles. Also direkt hier über die 15 müsstet ihr den einfach einsetzen. Den Sound Effect. Gut. Wie gesagt. Das war's. Und diesmal wirklich. Ähm. Wenn weitere Zuschauerfragen sind. Ich nehme die gerne an. Das heißt aber nicht, dass ich dann auch die Videos dazu mache. Okay. Also, das ist keine Garantie. Aber, ihr seht, wenn es mir gefällt. Wenn mir die Idee gefällt. Und ich es relativ schnell umsetzen kann. Dann mache ich das auch. Fragt einfach. Fragen kostet nichts. Und Tschüssi. Und ich hoffe, ich konnte dir helfen, René. Tschüssi. Und nicht abonnieren vergessen. Das ist ganz wichtig. Und empfehlt euch allen euren Freunden. Alle eure Freunde sollen mich auch abonnieren. Okay. Also, bitte abonnieren. Nein, Spaß. Okay. Tschüss. Das war's. Ach ja. Und wenn ihr meine Grafik verwenden wollt, könnt ihr das gerne tun. Ihr müsst mich auch nicht in den Credits irgendwie nennen. Das ist Blödsinn. Ähm. Das könnt ihr gerne machen. Ähm. Das ist kein Problem. Ihr müsst aber den Apigymaker MV besitzen. Weil das, ähm. Ähm. Hier der Original Apigymaker MV Baum ist. Wenn ich den daneben setze. Ihr werdet sehen, der sieht exakt gleich aus. Also, das ist exakt dieser Baum da. Es ist exakt der Baum. Man kann das nicht unterscheiden, welcher jetzt fellbar ist und welcher nicht. Das kann man nicht unterscheiden. Also, der hier ist nur gemappt und der ist wirklich als Event. Gut. Das kann man nicht unterscheiden. Nur rein zur Information. Gut. Ähm. Wie gesagt. Wenn ihr den Apigymaker MV besitzt und die Grafik hier nehmt. Ihr müsst mich nicht unbedingt nennen. In den Credits. Wenn ihr es macht. Ist auch okay. Aber ihr müsst das nicht tun. Weil das ist einfach mal so hingeklatschter Dreck. Also, das kann jeder selbst zusammenfremeln. Da müssen wir nicht drüber reden eigentlich, denke ich mal. Gut. Das war es soweit von mir. Aber jetzt. Jetzt. Jetzt wirklich. Okay. Tschüss.